hi meine lieben schön dass ihr wieder dabei seid ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu einer buchvorstellung in dieser woche aber ganz kurz möchte ich noch mal was zu dieser woche dies ja wirklich in sich hatte sagen denn wir hatten weltfrauentag und das ist natürlich eine ganz tolle sache gott sei dank ging das ganze nur einen tag sonst hätte man ja irgendwo in die uneinnehmlichkeit kommen müssen und hätte vielleicht doch etwas ändern müssen aber ich würde einfach sagen wir klatschen jetzt einfach mal ganz toll für die frauen das muss euch jetzt ein jahr reichen wieder bis zum nächsten weltfrauentag und da wir gerade beim thema klatschen sind habt ihr vielleicht auch davon gelesen ja zum thema frauen frau doktor merkel hat sich geäußert und gesagt eben dass frauen endlich so viel verdienen müssen können wie männer und es ist natürlich eine tolle sache und da frage ich mich was müssen sie denn machen um das zu können müssen sie sich ein gemächt wachsen lassen müssen sich vielleicht ein bein abhacken oder so es ist ja wohl klar dass wenn man die gleiche arbeit verrichtet oder und dass man die gleiche arbeit macht dass man da das gleiche bezahlt bekommt das ist steht überhaupt nicht zur debatte das müsste schon längst der fall sein aber ja ich frage mich dann auch ob das vielleicht noch ironie ist oder schon der gipfel der menschlichen menschlichen oder allgemeinen verhohnepiepelung wenn man 16 jahre in einem amt ist in dem man es ändern kann und dann plötzlich sagt dass es jetzt so sein müsste beziehungsweise nichts daran geändert hat in den 16 jahren da schleicht sich so ein bisschen der verdacht ein es ist oder es wäre wahljahr also wir wissen alle dass sich von der seite wahrscheinlich nichts mehr bewegen wird wie schon in den letzten 16 jahren nicht im gegenteil wir haben ja so ein bisschen auch weiterhin rückschritte gemacht und deswegen habe ich mir auch ein buch rausgesucht dass ich euch eigentlich schon längst vorstellen wollte denn es ist bereits im juli des letzten jahres also 2020 erschienen und das ganze ist sehr interessant im harper collins verlag erschienen von nina böhmer geschrieben vielleicht habt ihr davon schon gehört denn sie hat vorher eine sogenannte wutbotschaft auf facebook eben gepostet und die hieß euren applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken so ich habe mir da lange gedanken drüber zugemacht denn das ist eigentlich ein buch wo man einen ganzen monat eigentlich so jeden sonntag eine sendung drüber machen könnte um wirklich jedes einzelne kapitel zu behandeln denn es ist so immens viel in dem buch und ich gehe mit diesen mit der meinung dieser jungen frau die übrigens selber im im krankenhaus arbeitet eben als als eine so genannte sklavin ne moment wie hieß es pflegekraft sowas in der art ja die ist natürlich total nah am mann und oder an der frau um das ganze mal zu gendern beziehungsweise ja auch den frauen ihre ihre rechte dazugeben aber äh dazu können wir auch nochmal kommen irgendwann gerne ich hatte mir erst überlegt ob ich nicht mal wieder ein wilhelm wolles äh raushole aber nein ich habe mir jetzt gedacht wir machen das jetzt einfach mal so außerdem muss ich mir die haare erstmal wieder schneiden bevor die perücke passt äh ja äh die gute frau hat äh ihr hat es gereicht einfach weil dieses klatschen völlig für die katz ist natürlich man müsste einfach gucken dass man in anderer art und weise was ändert und es geht aber auch nicht nur ums gesundheitssystem hier sondern eben auch um ihre allgemeinen ansichten so dass das ganze eben sie erzählt natürlich auch von sich und äh hat äh selber auch sich äh sie kommt jetzt nicht irgendwie sie hat keinen silberlöffel oder sowas im hintern gehabt als sie geboren wurde dementsprechend ich habe es gesagt habt ihr es gehört ich habe es gesagt ja gehe ich mit mit vielen sachen die sie so sagt auch konform zum beispiel bemängelt sie einfach im bildungssystem dass dort einiges schief läuft und äh wir wissen ja mittlerweile sollte es jedem eigentlich klar sein dass da alle eigentlich alles komplett schief läuft wie auch bei vielen anderen sachen ich finde da hat uns diese ähm jetzige coronakrise in der wir stecken viel gelehrt ja und ich habe selber durch dieses buch auch noch sehr viel gelernt denn es hat einige sachen angesprochen die ich nicht wusste zum beispiel dass das robert koch institut das ja mittlerweile in aller munde ist das eigentlich jeder kennt in deutschland auf das eben die politiker hören und schon immer gehört haben ja haben sie denn das robert koch institut hat 2012 ein szenario aufgestellt und in diesem szenario ging es um eine solche pandemie die das robert koch institut vorausgesagt hat und sie haben dann eben gesagt es gibt einfach nicht genug schutzmaßnahmen und schutzmittel und da müsste dringend aufgerüstet werden 2012 also acht jahre bevor diese pandemie kam und sie haben diese pandemie damals wohl so derart präzise auch beschrieben und deren auswirkungen und was man dagegen machen müsste dass man schon längst hätte darauf vorbereitet sein können aber damals haben die wohl auch nicht so richtig auf das robert koch institut gehört und mit die meine ich natürlich die politiker ja dann eben das bildungssystem das eben bei dem auch einiges schief läuft und wo sie auch zum beispiel sachen anprangert und sagt wie wäre es denn mit zwölf schuljahren und einem praktikumsjahr eben dass man eben sich orientieren kann und gucken kann welchen beruf möchte ich unbedingt rein und ich finde auch es sollte so etwas geben wie ein schulfach das einen eben auf das leben vorbereitet dass man nicht gleich wenn man aus der schule kommt in irgendwelche vertragsfallen rein daddelt oder so das ist das wäre ganz ganz wichtig aber wurde bei mir zumindest nicht behandelt also ich war auf einer realschule wurde vielleicht mal angerissen unser lehrer hat damals mal mit uns durchgesprochen also hat uns einen wahlzettel hingelegt und sagt so sehen die wahlzettel aus aber das war es dann auch irgendwo ja und ähm ich frage mich halt wirklich wie kann es sein dass so eine 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 partei wie die cdu noch gewählt wird denn auch mit mit solch einer mehrheit ich meine die spd ist ja derart abgestürzt mittlerweile aber warum denn die cdu wenn man sich das mal anguckt was da schief gelaufen ist denn wir sind uns jetzt alle einig dass unser bildungssystem nicht das beste ist beziehungsweise dass unser es hakt ja am 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 unterricht momentan auch an den an den materialien zu hause dass eben viele einfach zu arm sind und sich gar kein laptop oder auch internet leisten können und selbst wenn man internet hat um jetzt darauf mal zu kommen worauf ich hinaus wollte ist es natürlich ein problem denn es gibt einfach nicht genug schnelle leitung es ist einfach nicht ausgebaut genug und da hat war es jetzt der fokus oder ich glaube der fokus war es der 1982 leute das war vor meiner geburt und ich krieg mittlerweile schon graue haare ich habe jetzt zwei gefunden habe ich aber glaube ich schon erwähnt hat der fokus geschrieben dass glasfaser die zukunft ist und unser damaliger kanzler der druck zu helmut kohl der hat aber lieber auf kupferkabel gesetzt denn das hat ihm ein guter bekannter von ihm empfohlen der zufällig der chef von sat 1 war und das war halt so ein bisschen besser für den und dafür hat der kohl wo wir auch gerade bei lobby arbeiten und sowas wo das ein riesiges thema ist hat dafür dann jährlich 600.000 mark bekommen ja und das wird sich seitdem nicht viel geändert haben deswegen warum wählt man diese partei noch ja jetzt habe ich ein bisschen den faden verloren weil ich mich so derart eingesteigert habe ähm nina böhmer auf jeden fall arbeitet in der pflege ähm und äh seit sie 16 ist mittlerweile findet aber oder hat ähm zu diesem zeitpunkt ähm nicht wirklich einen einen festen arbeitsplatz gefunden sondern arbeitet über eine ähm sklavenverleihfirma für verschiedene ähm krankenhäuser eben weil es auch einfach angenehmer ist für die krankenhäuser die ja darauf ausgelegt sind gewinne zu machen und ähm deswegen gleich äh dazu auch nochmal mehr dass die eben ähm ja in diesen über diese sklavenverleihfirmen arbeitet und ja die ist halt wirklich direkt an der materie dran und kann uns sagen wie das abläuft aber darauf wird halt viel zu wenig rücksicht genommen denn wie gesagt zu diesen fall pauschal zahlungen ähm und zwar ist es so dass ein krankenhaus für eine krankheit einen gewissen pauschalbetrag bekommt und beziehungsweise ähm ja ähm dann ist es so dass natürlich eine op sehr viel schneller geht weil man kriegt ja nur so und so viel geld das heißt ähm nehmen wir jetzt mal an ähm ähm für einen schnupfen kriegst du 50 euro von der von der krankenkasse für diesen schnupfen dafür dass du ihn behandelst dann ist es natürlich günstiger wenn man diesen schnupfen weg operiert als wenn man dann sagt okay ich pflege denjenigen vier tage so dass der schnupfen dann eben von selbst weg geht mit der op ist er halt innerhalb von zehn minuten hat sich das ganze erledigt so dementsprechend was macht man dann wohl als krankenhaus kann sich jeder denken oder dann hat die gute frau böhmann gesagt im juli letzten jahres kam das buch raus wie gesagt 2020 und das ist natürlich vorher geschrieben worden das hat natürlich auch noch zeit gedauert und äh ja sie hat damals schon gesagt dass ihre kollegen am limit sind und sich überlegen wenn es weiter so geht dass sie dann anfangen zu kündigen darauf hat kaum jemand gehört und gestern lese ich in den zeitungen dass jetzt alle befürchten dass dieses szenario eintritt dass eben aus der pflege gerade in den krankenhäusern das personal wegläuft und dass sie fürchten dass das ich glaube es waren 1,8 millionen oder so die kündigen wollen in der pflege und dann gnade uns gott auch ähm weil es ein großes problem ist dass eben seit jahren die produktion von medikamenten und und dem zubehör ins ausland outgesourced wurde so dass eben diese diese schnelle verfügbarkeit einfach gar nicht mehr da ist und da wird einfach seit vielen vielen jahren einfach komplett vieles vieles falsch gemacht und ich frage mich wieder warum nehmen wir das einfach so hin ich verstehe es einfach nicht naja wenn ihr ein bisschen euch auch selber schlau machen wollt wie gesagt ich habe durch dieses buch viel gelernt und ich habe es jetzt wirklich wirklich sehr 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 grob zusammen nur gefasst denn es steht auf diesen 200 ich glaube 208 seiten waren es nee 201 insgesamt ähm seiten steht unglaublich viel und die frau bömer sagt eben auch dass der beruf ihr selber noch sehr viel spaß macht und es ihr traumberuf ist und so aber das wird wird vielen auch so gehen nur die frage ist wirklich wie lang kann man es einfach mitmachen und ich denke da ist dringend dringend handlungsbedarf da dementsprechend lasst uns doch alle gucken dass wir irgendwo mal zusehen ich meine wenn man meint man kann das ganze nicht durchwahlen weil die ganzen politiker korrupt sind und was weiß ich gibt es ja viele die das so sehen ähm dass die nicht ganz koscher sind weiß ich auch alle vielleicht nicht korrupt aber es gibt halt ich bin bin können wir uns noch mal drüber unterhalten irgendwann ähm um es mal abzuschließen sehr interessantes buch wirklich wirklich sehr gut geschrieben und absolut nicht langweilig denn ähm ich bin eigentlich kein fan oder großer fan von von solchen autobiografien oder sowas und das kommt aber ist halt zum teil einfach so natürlich muss sie es einfach aus ihrer perspektive auch beschreiben dementsprechend ist das buch einfach unglaublich interessant lehrreich und ich kann es nur vielen empfehlen zu lesen auch gerne als geschenk zu verschenken um einfach mal auch mehr leuten noch die augen zu öffnen und ähm ja vielleicht vielleicht können wir doch irgendwie was ändern ich hoffe es wirklich sehr denn wir ganz ehrlich wir befinden uns wirklich wirklich auf es klingt hart wenn ich das jetzt so sage aber ähm kam jetzt so in den sinn wir machen derartige rückschritte dass wir uns glaube ich auf so ein bisschen auf ein dritter weltland zu bewegen so wie unsere bildung ist im eimer unsere infrastruktur ist groß größtenteils im eimer gerade auch das internet also informationen der informationsfluss ist einfach nicht mehr so gegeben und ähm ich habe da gestern was was einfach ultra super komisches gehört denn im bundestag haben sie jetzt weil sie die digitalisierung ja vorantreiben wollen haben sie jetzt die faxgeräte abgeschafft und ich dachte mir wow cool faxgeräte abgeschafft das ist ja toll und ähm es ist allerdings immer noch so dass wenn man eine farbkopie von irgendetwas braucht wo er zwei tage warten muss bis ein da muss man muss einen antrag auf eine farbkopie also das muss man sich mal vorstellen auf einen ausguck und eine farbkopie muss man einen antrag stellen auf den man dann auf dessen bewilligung man zwei geschlagene tage wartet zwei tage und eine mitarbeiterin ist wohl schon dazu übergegangen dass sie mittlerweile schwarz weiß kopien selber ausmacht das ist meine hallo das glaubt man nicht oder das sind das sind schosen da bin ich einfach fassungslos und ich weiß nicht ob euch das auch fassungslos macht aber ich verlasse euch ich lasse euch jetzt einfach mal in diesem sinne mit mit diesen sachen die ich gerade so erzählt habe allein und ihr könnt ja mal darüber nachdenken ob das alles wirklich so richtig ist ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß dabei wir sehen uns dann in der nächsten kommenden woche jetzt schon wieder da lösen wir dann unser gewinnspiel auf und ja ich freue mich auf euch auf jeden fall bis dahin macht's gut ciao